Aare-Freibäder Entlang der Aare locken im Sommer in mehreren Gemeinden Schmuckebäder mit direktem Zugang zur Aare oder bieten in abgetrennten, mit Aarewasser befüllten Anlagen eine kühle Erfrischung. Dem Badespaß bei heißem Sommerwetter steht also zwischen Thun und Bern nichts im Weg. Der Campingplatz Eichholz liegt idyllisch direkt am Aareufer. Die angrenzende große Liegewiese eignet sich hervorragend, um die Seele baum zu lassen und die Hektik des Alltags zu vergessen. Geübte Schwimmerinnen und Schwimmer können vom Eichholz in der Aare bis ins Marzili schwimmen. Wir empfehlen, vor dem Schwumm einen Blick auf die Gefahrenkarte der SLRG zu werfen. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020